...und ganz so wesentlich auch eine solche Wirbelsäule gar nicht so auszusehen, schöner wär's, aber sie kann eben auch Schmerz angehalten werden. Es sind nicht die Mannschaften, die in der Gegend Schmerz machen. Nur 4% aller Mannschaften machen Schmerz. Und wir haben später die Paralyptome, weniger Karies, die Mannschaft, die Vortragung steht am Beginnjahr. 4% aller Schmerzen. Und ansonsten sind die Schmerzen erzeugen die kleinen Geräte, die schadiert. Oder eben einfach die verstande Muskulaturen. Und zum Entspannen zeige ich Ihnen auch ganz einfach so um. Die Sitzende können Sie einfach machen, wie die Späden auch. Einfach nach vorne fallen. Einfach so um die Kuschel an, sich unterhalten. Daher eben gleich entspannt. Auch das soll es eben bestimmte Schmerzen, die jetzt war es in der Tat mit Spannen. Oder eben auch am Leben. Rechts oben, links oben. Und was Sie auch gut machen können. Ja, halt hinweg. So, zusammen. Vorsicht. Und so die anderen beispielsweise. Es wird immer wieder vergessen, wenn man eben ein Kiefer, das wird auch vergessen, wenn man Lüttenschmerzen hat, dass man sich selbst helden kann. Ja, aber Lüttenschmerzen hat uns gerade gesagt. Es hat viel oder weniger keinen Hauptmannschaft, Vorfall. Wobei ich da sehr ehrlich. Wenn Sie Lüttenschmerzen haben, denkst du noch Schitte, Lüttenschmerzen, Lüttenschmerzen, Halschein, Vorfall. Nicht mehr bewegt. Morgen ist es sonst Ferschnittsgelegen oder operiert oder ungekehrt. 80% ist Lüttenschmerzen. 80% ist Lüttenschmerzen. Stopp. So, jetzt. Jetzt. Jetzt.